Das kann ja sauer werden. Ach, Herr Schaff, Zeit noch mal rein! Ui, da ist ja eine Tür! Ja! Schlaf, Kindlein, schlaf! Der Eder ist kein Tier! Herr Schaff, hör auf! Das hab ich nicht schon mal gesagt! Wieso? Ich bin doch nicht schuld, dass das Ding nicht geht! Einen Mechaniker müssen wir da rufen. MECHANIKER! Na, Pumokel, telefonieren muss ich! Was? Du hast gesagt, ich soll Mechanikern! Du sollst überhaupt nichts! Du sollst einen Mund halten! Wen ruf ich denn da an? Schrader! Ja, das werden wir recht! Da ruf ich jetzt den Schrader an! Wer ist denn der? Also du bist vielleicht ein Durcheinander heute! Schrader! Schra, schrie, schralala! Pumokel, mach halt wahnsinnig! Schra, schra! Schra, schra! Da stehen mindestens 20 Schrader! Ja, dann ruf doch alle 20 an! Was soll die mit 20 Leute da herinnen? Schra, 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 schra! Sind das alles Mechaniker? Ich weiß es nicht! Gewürzmüllstrasse, das muss ja sein! Ja, aber dann, dann ist der doch Bäcker! Wenn der in der Gewürzmühle-Straße wohnt! Na, geh komm! Der riet doch nieder, so ein Schmarrn daher! 37, 6... 12 und 20, 7 und 0, 10, 9 und 30, 7! Pumokel, bittchen! Jetzt halt einmal den Mund! Jetzt weiß ich die Telefonnummer nicht mehr, als ob ich durcheinander brauche! Ich hab dir doch nur die Telefonnummer... Ja, aber die falsche! ...und 20, 4 und 0, 10, 2 und 20, 7! Du kannst doch nicht einmal lesen! Er ruhest doch hier rinnen! Schrader! Also du, vielleicht untersuch ich die Maschine! Dann kann ich die Maschine vielleicht repartieren! Du lass die Finger da von der Maschine! Geh weg! Da hopf doch nicht rum! Wieso? Vielleicht finde ich den Fehler von der Maschine! Ja, du und den Fehler finden! Du bringst Hexens einen Fehler rein! Und 27... Jetzt geh runter da! Komm, hopf doch nicht rum! Geh auf die Schaukel! Ich habe gar nichts getan! Psst! Das kann ich da! Ah! Grüß Gott, Herr Schrader! Herr Schrader, das ist gut, dass ich Sie erreiche! Sie müssen schnell zu mir rüberkommen! Meine Maschine, die setzt immer aus und ich kann... Eder! Eder! Wissen Sie gleich, wenn Sie bei Ihnen rausgehen! Rechts ums Eck rum! Rechts und dann in Hinterhof! Schreinerei Eder! Ja! Ja! Bittchen, kommen Sie her! Wissen Sie, ich muss den Auftrag fertig machen! Und die Maschine lässt mich völlig im Stich! Ja, ja! Na, na! Nicht später! Nicht später, Herr Schrader! Gleich! Sie müssen bittchen gleich kommen! Ja! Ja, das ist nett von Ihnen! Dankeschön! Danke, Herr Schralala! Schrader! Schralala! Der Schralala ist noch nicht da! Na, der kommt schon! Sag mal, was ist denn das für ein Ebel da? Was für einer? Der da hinten! Vielleicht kannst du... Vielleicht muss man da dran ziehen! Was für ein Ebel? Da! Der Schwarze da! Was, der da? Ja, das ist doch ganz was anderes! Das verstehst doch du nicht! Jetzt geht's Pitschen gegen die Maschinen weg! Ich kann das nicht vertrauen!